Feldwebel Schnapper, ein Bayer mit geradezu krankhaft ausgeprägten Kinnbacken, fischte einige Packungen Bonbons und Tabak aus den tiefen Taschen seiner weiten Hose und verstaute sie in den Lederschlaufen seines Munitionsgurts. Die Patronin ließ er auf das Milchglas der Dachluke gleich neben dem Gewehr fallen und erklärte bedächtig, die brauche ich zum Laufen nicht und ich renne schneller, wenn die Taschen leer sind. »Glauben Sie denn, wir müssen rennen?« fragte der Unteroffizier Weizlein. Mit langsam malenden Kiefern erwiderte der Feldwebel, »haben Sie Befehl, nicht zu rennen?« »Wir haben überhaupt keine Befehle.« »Sehen Sie,« der Feldwebel zog seine Hose stramm, »wenn die wüssten, wie wir die Amerikaner besiegen können, hätten wir jede Menge Befehle.« »Aber wo sollen wir denn hin?« fragte der Unteroffizier mit Blick über das Dach und die umgebende Leere. Der Bayer wollte von den Zweifeln des Unteroffiziers nichts wissen. »Egal, irgendwohin. Es gibt immer eine Richtung, in die man laufen kann. Erst seit ich in der Armee bin, weiß ich, wie viel Freiraum es in der Welt gibt.« »Ist sowas wie eine Offenbarung.« »Sehen Sie doch,« rief Weizlein plötzlich. Er zeigte mit dem Daumen über den Rand des Daches. »Da!« Vorsichtig hob Feldwebelschnapper den behelmten Kopf und lugte über die warmen Sandsäcke. Was er sah, bestätigte ihm, wie klug seine Vorbereitungen gewesen waren. Die Amerikaner rückten mit einigen Halbkettenfahrzeugen und leichten Panzern an. Die Halbkettenfahrzeuge bildeten die Nachhut, die Panzerluken waren fest verschlossen. Wie die Fühle eines Junikäfers schwenkte ein Panzer den Lauf des Maschinengewehrs hin und her. »Die sehen da unten so hübsch aus, so klein,« stellte der Bayer fest. Er fühlte sich an den Spielzeugladen in München erinnert, an die hell erleuchtete Weihnachtsauslage, all das winzige Kriegsspielzeug. Weizlein gab keine Antwort. Als Feldwebel Schnapper den Kopf drehte, sah er, dass der Unteroffizier verschwunden war. Schnapper entschied, die Dissertation des Unteroffiziers kommentarlos hinzunehmen. Er fand sie nur allzu verständlich. Vielleicht würde er selbst auch bloß ein paar Runden abfeuern und dann dem Beispiel des Unteroffiziers folgen. Aber Weizlein tauchte ebenso überraschend wieder auf, wie er verschwunden war. »Sie sind auch auf der anderen Seite,« flüsterte er, obwohl ihn der Feind unten auf der Straße unmöglich hören konnte. »Mann, dann zurück mit ihnen,« befahl Schnapper, »und übernehmen Sie das Kommando. Denken Sie an den Schusswinkel, lassen Sie sie nicht zu nah heranrücken.« Weizlein nickte, duckte sich und rannte zur gegenüberliegenden Seite des Daches. Schnapper wartete. Er wusste, ohne einen Glückstreffer konnten seine Kugeln gegen die Panzerung der Amerikaner nur wenig ausrichten. Wir sehen, dass die Entwege in dercioselle, die der FHD- und die Bindungen der Kugeln gegen die Möcheln gegen die Kugeln gegen die Möcheln gegen die D steadkommissionen. Vielen Dank.